Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video am Kanal Roblox Lara. Heute werde ich wieder Outfits bewerten. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir wieder 10 Usernames rausgesucht, von denen ich die Outfits bewerten werde. Und ja genau, wenn ihr auch mal wartet, dass ich eure Outfits bewerte, könnt ihr eure Usernames in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, fang jetzt mal mit der ersten an. Also die erste heißt LQTTC. Und ja genau, jetzt gucken wir mal, was die für Outfits hat. Okay, der hat 21 und jetzt schaue ich mal. Also das hier finde ich auf jeden Fall mega nice. Das passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. Das pinke ich hier mit diesem pinken hier. Und das weiße hier mit, also das passt sehr gut zusammen, finde ich. Ich würde hier nur noch das weiße Pflaster hinmachen. Und dann sieht das auf jeden Fall mega nice aus. Also sieht es natürlich jetzt schon. Dann das Outfit hier, das finde ich mega cool. Also das passt richtig gut zusammen. Ich mag es total, also ich finde es richtig schön. Dann das Outfit hier, das feiere ich total. Also das sieht richtig schön aus. Oh mein Gott, ich liebe das Outfit. Das sieht so nice aus, ne? Also oh mein Gott, das liebe ich. Dann das Outfit hier, das finde ich auch wieder mega nice. Ähm, nur, also ich weiß nicht, irgendwie, wie, ja, zumindest ein bisschen zu viele Haare. Aber das ist natürlich hier mit seinem Geschmack. Ähm, dann das halt, das finde ich nice. Wieder nur ein paar zu viele Haare, finde ich. Aber ich finde das T-Shirt auch irgendwie cool. Und diesen Hut mag ich irgendwie auch. Also ja genau, ich finde das Outfit auf jeden Fall mega nice. Und das hier finde ich auch wieder richtig schön. Also ja, du hast auf jeden Fall voll den coolen Geschmack, finde ich. Hier auch noch so ein Katzen-Outfit. Äh, finde ich auch wieder mega nice. Und ja, mein Lieblings-Outfit ist das da. Das liebe ich irgendwie, aber alles sieht so cool aus. Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, ich gebiss auch direkt mal wieder die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall Vera Lina VIP. Und ja, jetzt schauen wir mal. Okay, mal gucken, wie viele Outfits sie hat. Okay, sie hat 49, dann schauen wir mal. Ähm, ich finde das Outfit sehr nice. Nur ich finde dieses grüne hier passt nicht so sehr. Das würde ich irgendwie noch verändern. Aber ansonsten ein sehr schönes Outfit. Und ich würde hier noch das weiße Pflaster hinmachen. An sich mag ich es sehr. Denn das sieht richtig schön aus. Vor allem, oh mein Gott, das sieht so geil aus mit diesen Schuhen hier. So, dann gucken wir uns das hier mal an. Das finde ich auch wieder so schön. Also ihr habt alle so schöne Weihnachtsgrünste. Ich bin irgendwie die Einzige, die noch gar nicht in Weihnachtsschwimmung ist. Aber eure Outfits sind alle so schön. Das finde ich auch wieder so schön. Oh mein Gott. Und das sieht so geil aus hier mit diesen Bärplätzchen. Vor allem auch noch. Ich backe auch heute Plätzchen. Und das da finde ich auch wieder richtig schön. Also, wow. Dann das Outfit hier. Das finde ich auch wieder mega nice. Und das da, das sieht richtig geil aus. Also das liebe ich über alles. Jetzt gucken wir mal hier hinten. Boah, das hier sieht so schön aus. Ihr habt alle so schöne Skins, ne Leute? Oh mein Gott. So, wow. Ich finde die richtig schön, die Outfits hier. Das ist auch wieder richtig schön. Das hier war auch ein schönes Outfit für Halloween. Das hier sieht auch wieder richtig, richtig geil aus. Also ich finde das so schön. Und ja, ich finde auf jeden Fall, dass du richtig schöne Softie-Skins hast. Ich liebe es auf jeden Fall. Und ja, genau. Ich mag alle deine Outfits total gerne. Und ich würde sagen, jetzt gebe ich mal wieder die nächste ein. Okay, die nächste heißt jetzt Selina Dobmi. Oder Selina Dobmi. Keine Ahnung. Acht. Und ja, jetzt gucken wir mal. Okay, hier ist sie auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Outfits sie hat. Okay, sie hat zwölf Stück. Dann schauen wir mal. Weil, ähm, ich finde das nice. Nur ich würde eine längere Hose kaufen. Und das würde vielleicht cool aussehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Robux du hast. Aber wenn du noch diese Strawberry, ähm, Huta noch anziehen würdest. Und ich würde noch den Wangenkopf kaufen. Und noch irgendwie eine andere Animation oder so. Und das würde ich dann einfach überall machen schon mal. Das finde ich auch nice. Hier würde ich noch diesen Bärenkopf dann kaufen. Äh, das hier finde ich auch cool für Squid Game. Ähm, oder Luster. Das sieht auch nice aus. Ich würde nur noch irgendwie einen Frosch auf den Kopf machen und so. Und Luster, das sieht cool aus für Weihnachten. Dieses Outfit. Äh, ja genau, feiere ich. Nur diese Beine hier finde ich ein bisschen zu dick. Aber das ist natürlich deine Entscheidung. Und ja, hier hast du die auch perfekt gemacht. Die Beine finde ich. Also, ja, deine Outfits sind auf jeden Fall mega, mega nice. Und ja, genau. Ich würde sagen, jetzt gebe ich auch mal wieder die nächste ein. Also jetzt heißt die nächste auf jeden Fall TT Best Friends. So, okay, dann gucken wir mal. Okay, hier ist sie auf jeden Fall. Und ja, jetzt schauen wir mal. Also, sie hat zwölf Outfits. Joa, ich würde eine andere Animation beim Stehen auf jeden Fall machen. Ich würde den Wangenkopf kaufen und ein anderes Gesicht machen. Ähm, also die Hose gefällt mir jetzt nicht so. Die würde ich vielleicht noch ein bisschen länger machen. Keine Ahnung. Und, ähm, ich würde noch irgendwas auf den Kopf machen. Aber an sich gut. Dann das Outfit hier, das finde ich cool. Ich würde nur noch diesen, ähm, ja, diesen Octopus da drauf machen. Also diesen blauen. Ich würde einen, ähm, Wangenkopf kaufen. Und ja. Dann hast du, das finde ich nice. Nur ich würde noch den Wangenkopf machen. Und ja, genau. Das hier finde ich auch nice. Ich würde wieder den Wangenkopf machen. Und ja. Dann hast du, das finde ich richtig schön für Softie. Und ja, ich würde einfach überall dann noch die Animation so ändern. Das hier finde ich auch wieder richtig schön. Und hier hat sie sogar mein Outfit. So ein bisschen. Nur ich habe noch den Wangenkopf und das weiße Pflaster. Aber ja, genau. Ich würde sagen, jetzt gebe ich mal via die nächste ein. So. Okay, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall Squari, Wale. Und jetzt gucken wir mal. Okay, das ist ein Junge. Und ja, dann schauen wir jetzt mal. Ähm, ich finde das Outfit nice. Ja, genau. Finde ich cool. Und ja, dann das da. Finde ich auch cool. Ich feiere auf jeden Fall irgendwie diese Animation bei diesen Skins. Finde ich mega nice. Oder das da. Das finde ich auch richtig nice. Und dann das da. Das finde ich auf jeden Fall alle deine Outfits mega nice. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, gebe ich jetzt mal via die oder den nächsten ein. Okay, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall. Bunti3339. Aber ich glaube, das ist ein Mädchen. Ja, hier. Dann schauen wir mal. Ähm, okay, sie hat drei Outfits. Dann gucken wir. Also das hat sie gerade an. Ähm, ich finde das eigentlich sehr schön. Nur ich würde noch diese etwas dünklere Hautfarbe machen. Dann würde ich noch diesen Wangenkopf kaufen. Und dann würde ich noch eine andere Animation machen. Aber an sich gut. Dann das da. Das finde ich cool. Nur ich würde noch die Kopfhörer dann auch schwarz machen. Und ich würde wieder den Wangenkopf kaufen. Diesen Lutscher wegmachen. Weil der passt irgendwie nicht so gut dazu. Äh, ja. Und noch eine andere Animation. Und das da finde ich sehr schön. Also das passt jetzt dann. Nur den Lutscher würde ich wieder wegmachen. Ähm, dickere Beine. Ähm, andere Animation. Und den Wangenkopf. Und noch vielleicht das weiße Pflaster oder so. Und ein anderes Face vielleicht auch noch. Das würde dann richtig schön aussehen. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, gebe ich jetzt mal wieder die nächste ein. Okay, das heißt die nächste auf jeden Fall Abranet. So, dann gucken wir. Okay, hier ist sie auf jeden Fall. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt auch direkt mal. Also hier ist auf jeden Fall jetzt das erste Outfit. Ähm, ja. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Nur, ich würde auf jeden Fall dann eher eine weiße Brille, glaube ich, machen. Oder einfach weg. Und ich würde noch ein anderes Gesicht machen. Und das da finde ich mega nice das Outfit. Und ja, das gefällt mir. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, gebe ich jetzt mal wieder die nächste ein. Okay, das heißt die nächste auf jeden Fall Mini-iPad 90. So. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt ein Junge. Und ja, dann gucken wir jetzt mal. Ähm, ich finde das Outfit mega nice. Ja, für so Weihnachten finde ich das cool. Dann das da, das finde ich ein bisschen gruselig. Aber es sieht auch nice aus. Ich würde noch eine andere Animation machen. Das da finde ich irgendwie cool. Sieht creepy aus, aber auch nice. Das da, irgendwie haben das voll viele. Irgendwie diese Flügel. Ich würde noch ein anderes Outfit halt machen. Und ich würde eine andere Animation machen. Aber an sich gut. Dann hier Jojo Craft AP. Nice. Ja, genau. Gefällt mir auf jeden Fall an sich gut. Und ja, dann würde ich sagen, gebe ich jetzt wieder die nächste ein. Jetzt heißt die nächste auf jeden Fall, ähm, Nilda 121123. So. Okay, das ist ein Mädchen. Dann schauen wir jetzt mal. Hier ist sie auf jeden Fall. Und ja, ich finde das Outfit sehr schön. Und ja, das gefällt mir richtig gut. Oder Lasta, das finde ich auch richtig schön. Also, ich finde eine Outfit sehr schön. Ich würde nur vielleicht den Wangenkopf kaufen. Und ja, genau. Oder Lasta, das finde ich auch wieder mega nice. Also, es passt richtig gut zusammen. Und ja, genau. Ich fahre deine Outfit auf jeden Fall alle mega. Und ich würde sagen, jetzt geben wir auch mal direkt die letzte ein. Jetzt heißt die letzte auf jeden Fall 1, 2, 3, ähm, Vicky Hif. Und ja, dann schauen wir jetzt mal. Okay, hier ist sie auf jeden Fall. Und ja, dann schauen wir jetzt. Also, sie hat 15 Outfits. Ähm, ich finde das nice. Ähm, ja. Ich glaube, sie hat keinen Robux. Also, dafür, dass es keinen Robux gibt, finde ich auf jeden Fall das Outfit mega nice. Und ja, genau das da finde ich zum Beispiel auch richtig cool mit dem Kürbis da. Feiere ich auf jeden Fall alles richtig sehr. Äh, ja. Ohne Robux finde ich, dass das echt gut aussieht. Und vor allem auch hier, warte, bei dem Outfit hier die Hose sieht aus wie ein Robux. Also, mega, mega nice. Und ja, genau. Ich würde sagen, kommen wir nun zur Verlosung. Und zwar verlose ich diesen Limo-Stand hier. Was ist das einfach? Hashtag Limo-Stand in die Kommentare zu schreiben. Dann werde ich auslosen. Dann bekommt ihr den. Kommen wir nun zum Gewinnspiel vom letzten Video. Okay, Leute. Ich habe hier jetzt Hashtag Cracket Ecken geschrieben. Und ja, gucken wir, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist... Abra Egbal. Und ja, ich suche ihn jetzt mal. Okay, Leute. Hier ist er. Und ja, ich schreibe ihm jetzt mal. Du hast das Cracket Egg gewonnen. Wie ist dein Username? Okay, Leute. Ich habe ihm das jetzt geschrieben. Und ja, das war es in dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.